Neue Duftwolke rauf. Alter. Ja. Das könnte Paddy Duscho sein. Einfach alles kurz anders. Das ist der Buddy, aber wer ist der Buddy? Keine Ahnung, das ist halt der Buddy. Jetzt spricht er uns an. Oh mein Gott. Das ist ein richtiger Gangster da. Was glaubst du, wie alt ist der? Hallo Paddy, wie alt bist du? Hallo Paddy, wie alt bist du? Oh Alter, jetzt geht er los. Hört ihr den eigentlich? Das ist schon echt krass. Cooles Theo, kannst du das Anzug mit Feuer zu setzen? Ich bin 10. Mein Stuhl. Was sagt er? Irgendwas mit seinem Stuhl? Eins. Zwei. Ist es bloß mit deinem Stuhl? Ist es bloß mit deinem Stuhl? Der ist dumm. Warum ist der dumm? Verprügel ihn, wenn er dumm ist. Verprügel ihn, wenn er dumm ist. Oh Gott. Hups. Er ist aber ein bisschen dumm. Hups. Hups aber. Wieso bist du schon im Bett? Hat der Mann auch mal gesagt, dass du schönes Bett nutzt? Hup. Ne, meine Schwester. Deine Schwester. Deine Schwester. Erwischt Isa, erwischt. die hat gesagt ich schlägt mich weil die ungefähr größer ist als ich wie kann ich mein micro ich hab ich hab ich hab's da und du würdest mich auch platt machen oder so würdest mich auch platt machen oder was schade